Musik 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 So, Sie versprochen das Special zum Thema Öl und wir haben ab und an wieder mal Probleme mit der Leitung. Es ist zum Heulen, aber wir werden es trotzdem mal versuchen und ich freue mich jetzt ganz besonders, wieder zwei Gäste bei uns zu haben und einmal unten und den kennt ihr schon aus einem Stream am 16. März zum Thema Öl. Malcolm Graham Wood, or Melzi as he likes to be called, der Ende der 70er Jahre seine Karriere bei Wood McKenzie im Markt für Öl und Erdgas begonnen hat. Und I have to say, Malcolm, I'm glad you're back. We nailed this right on the dot. And I'm really curious to see what we're going to come up with now looking forward. But before we deep dive into the topic of oil and Contango, I also want to welcome Roman Pusbilla von Fontobel. Er ist verantwortlich für sogenannte EMCs, also aktiv gemanagte Zertifikate und Themeninvestments. Und hier geht es dann vor allen Dingen um die Frage, wie man als Privatanleger das aktuelle Umfeld navigieren kann. Das Interesse seitens der Privatanleger ist hoch, aber man muss sehr, sehr stark aufpassen, wie man in diesen Sektor investiert. Wir haben es hier mit Contango zu tun. Das ist ein sehr komplexes Thema. Aber bevor wir mit Roman auf hier das Thema vertiefen, am Rande bemerkt könnt ihr natürlich hier Fragen stellen, die ich währenddessen auch dran nehmen werde, möchte ich mich hier ganz kurz nochmal auf Melzi fokussieren. Melzi, let's look at the current environment. I've been on Wall Street pretty much for 30 years now. I'm not an oil trader, but I have never witnessed what we witnessed yesterday with oil contracts going negative $37 for the May contract. What's your take on this? Well, I've never seen it do that either, and I've got a bit more time on you, but actually it's always a possibility because it is only a technicality. It only happened for a very short amount of time yesterday. And it is only in certain contracts, in particular West Texas, that it can happen because these are the contracts whereby if you buy a contract, that means you are going to take... ...a contract expires. When it expires, the crude oil gets delivered or you cut a deal with the guy you made the contract with that says something different. And in which case yesterday, as we were getting closer and closer, the contract had nowhere to store the oil. So as I said, it's almost like having a lorry pull-up side outside your office or your house, a tanker full of crude oil. And the guy says, where do you want it? Because that's what you own. You don't own anything else. You have bought an auction to buy, you know, 100.000 liters of crude oil, whatever it happens to be. Let me explain this in German quickly. So, we have also that problem, that these Terminkontrakte, when the contract goes out for the May, that's is today the case, then the owner has to take the delivery of the contract. There comes a big LKW on it, here is the oil, where do you want it to have? So, now, there was the rumor that about 25% of the contracts that have been held were held by ETFs. And an ETF cannot take delivery of physical oil. Is that correct? What's your take on that? Well, I'd say that that's nearly right. I think that one ETF, the USO ETF, owned maybe 25% of the open interest in the May contract. It's a WTI ETF, obviously. But there are other ETFs that also had some as well. And as you correctly say, you can't take delivery of the crude. So, effectively, what these guys have to do is they have to sell it or go to Trafigura or whoever it happens to be and cut a deal with them. So, you know, you will be doing some oil where you're selling it for negative and it depends who your clients are and everything else. but effectively you're selling that and you put the money into the next contract. So, whereas some people say you're selling low and you're buying dear, it's exactly right because we're in a thing called contango. In fact, we're in a thing called super contango, which means that there's a massive discount between... Yesterday afternoon there was a discount of, you know, some, you know, it was so very not true but say 25 dollars a barrel when the June group was 25 dollars and the May group was nothing. So that's a massive contango. So you are buying... Sure, yeah. So, um das kurz zu erklären, wenn also die ETFs und insbesondere das United States Oil ETF etwa 25% des Open Interests hält in dem Mai-Kontrakt und der Kontrakt läuft aus, dann muss dieses ETF versuchen, diesen Kontrakt möglichst rasch loszuwerden, weil man natürlich nicht die physische Lieferung annehmen kann. Das Ding wurde also auf dem Markt geballert und dementsprechend stark ist es runtergerollt. And I found a very nice chart, Malte, and I didn't want to interrupt you but I think it's a good way to explain how contango actually functions. So the media is all focusing on, you know, negative oil prices at negative $37 at some point for the May contract that's expiring. But that does not mean that oil in effect is down and we're in a situation whereby, you know, the price has come down a little bit and still, you know, $20 a barrel or $15 a barrel whatever happens to be, you still have a price on it. The fact that it came down yesterday in that scope down to a negative figure was only because it was a few minutes more left of trading of the contract. So, in fact, and I think that's an important thing if you buy an ETF, right? You know, so a lot of retail investors are thinking, well, you know, oil is negative, we're going to have a huge bounce back, I'm going to buy the United States oil fund and then I'm going to make a killing on it. But that does not really work quite like that, does it? No, I mean, you've definitely got a situation at the moment where investors, in particular retail investors, who think they can call the bottom of the oil market and as we said the other day that I think the bottom of the oil market, ironically, I don't think that has changed very much. If you remember, we called it as being the 9th of June and at the time I said it was the 9th of June because I thought that it would be the middle of the OPEC plus meeting that would make the decisions. The decisions they made on April 12 was that they were going to cut. But the reason we've got this problem at the moment is that those cuts don't take effect until the 1st of May and therefore they'll take four weeks to really kick in. But now the rumor is that they're going to actually do the cuts earlier than I expected possibly much faster. But the question is if you look at the storage capacity how much of a difference is this going to make right now? Well, yeah, you can't write when I was just about to say my gossips were saying that the Saudis are cutting back already and you've got about sort of it depends between four and six weeks I mean you're talking about crude which is already on the high seas even if they turn down as we understand they might have done way back in the weekend it'll be a while before that starts to come in and therefore as I've said in today's blog we have a situation whereby the market in my view will probably run through the June West Texas contract but other contracts might pick up to be honest and I think that you mustn't forget that you've got this thing that the West Texas contract is more susceptible to high risk because it's a landlocked contract whereas most of the other contracts apart from the Russians are seaborne contracts as they're called so you can do with it pretty much what you like I mean we talked about crude oil being in Midland and Canadian as being $4 a barrel and we went far wrong we went further but the point is that I think that we will see a pick up in the next two or three months but it will be a combination of you know the US is beginning to go back to work a bit and people will start driving cars slower than that but in due course people will start flying aircraft and so on so we will get more crude being refined and more crude being petrol and gasoline and so on being sold but that won't take it out of the market with a four to six week drag so basically right also in anderen Worten wir haben bei dem letzten Stream ja schon nochmal verdeutlicht dass das große Problem darin liegt dass das amerikanische Öl und das kanadische Öl überwiegend im Festland liegt während das Öl in Saudi-Arabien und Russland in Küstennähe ist Küstennähe heißt Tankschiffe es sind 160 Millionen Barrel gerade gelagert auf Tankschiffen das heißt die Speicherkapazitäten sind größer und flexibler als hier in den mit R Now before Malzi we go to the question of the demand and supply situation let's talk a bit about the storage situation and I found quite an interesting chart here that shows the storage capacity in the United States so based on these numbers we have about 650 million barrels in storage capacity in the United States of which 504 million barrels are already used up Cushing one of the important ones is in rot here zu sehen 172 million barrels capacity 147 million barrels already used up in anderen Worten wir haben viele der Kapazitäten der Lagerkapazitäten in den USA bereits nahezu ausgeschöpft and in fact this morning Malzi I don't know if you saw the headline the world's largest oil storage firm Royal Vopac warns it is nearly out of space to hold crude so what actually happens Malzi if there is no more storage capacity was passiert eigentlich when it no storage more what happens to the oil fields what happens to the production well first all yeah I mean Genscape announced that stocks at Cushing were up 9% last week they think there's about 75 to 18 million barrels of storage left there that's the natural place because of course that's the delivery point for the West Texas contracts but I I mean first of all there will be as many people trying to shut in the wells the physical wells as they can in the States that's not too difficult shut shut in what does that mean shut in if you could explain that say you're a small operation you know and like me or you or you know if you can imagine Dallas or something like that where there's guys with you know maybe 10 maybe 20 maybe 30 individual wells producing oil through a nodding donkey being taken off probably not by pipeline but into a tank and then taken by lorry to a refinery you can actually stop that well you put a thing like a blowout preventer a cap on the top and that just stops it doesn't go anywhere so in other words what you're saying is that the oil producers could essentially stop pumping oil yeah and the difference is the size a lot of them would like to run the business for cash just run it for whatever they can get out of it in dollar bills at the end of the month when the guy comes to collect the oil because they want either they want a rod to they want a bit of money themselves or they have got people in the organization they need to pay so what do you think about the idea also the international energy be the energy be in the USA that man the oil quasi that man the oil can the oil not to pump there has been the rumor that the Trump administration the strategic oil reserves will pay the oil producers for not pumping oil how insane is this idea Well I've heard it and I think it is insane I don't think it's very likely to happen I think that the oil production in the States is falling off a cliff as we speak ironically I was probably at the most bullish or bearish camp about a month ago I wrote a piece which if you bear in mind that oil was just about 13 million barrels a day coming out of the States at the turn of the year I said I thought they would lose a million barrels a day this year and a million barrels a day next year which would take them down to 11 million barrels a day now since then that has completely disappeared it'll be way more than that because so many people at this sort price the American oil industry doesn't work at all the Gulf of Mexico doesn't work none of the shale works some of the big old stripper wells will work but nothing where there's any expensive kit on the process Malzi there's one question here from the audience how difficult is it to just increase capacity isn't it you know building a ship that stores oil seems to be more complicated than just creating oil storage how difficult is it to increase oil storage it's very difficult indeed I mean the most important bit of oil storage is not taking it out to the ground and the second and third bits are obviously you've got tankers either big tanks or salt caverns or whatever and the salt caverns are the ones that are used for strategic reserves so they've got the ability to fill up the reserves in China and in India as well and in South Korea but it's not enough to make them change the whole situation around on a sixpence one 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 additional question so the federal reserve seems to be pretty much buying up anything they can buy up why don't they just buy up the oil futures and basically by doing so stabilize the oil price I think I got the question as being assuming why doesn't the Fed buy oil in as well but if they did they would have to put it someplace and at the moment I think what they'll be doing is buying it for the SPR so their bit of the OPEC plus deal is to make sure that the US cut their production and if that is by the end of the year we might have cut by five minute barrels a day not the two million barrels I was out there with the biggest number in the marketplace six weeks ago I mean it's pretty much it would add to the nine million so but one could say that I mean so it doesn't actually to me multi it doesn't sound so much out of the question that the US might indeed decide to pay the oil industry to not pump for the strategic reserves also a big Republican base we have the presidential election coming up Trump has to do something to support his voter base I think it should be interesting to see what happens on this front now but let me close this topic so number one is the OPEC might draw further might push the reduction date further closer to now point one point two the oil industry in the United States might have to cap production or will have to cap production if storage facility runs out the last question before I hand over our discussion to Roman I would like to look at the demand and the supply picture which then should answer the question when prices should stabilize so in this graphic here from Nordea you see oil demand oil demand is at its lowest level since 95 and then you see a reduction of oil supply in light blue and you see the stockpiling that does not look like the reduction in supply is enough to nearly balance the market in in other words the market is so stark reichen reichen productions kürzungen tatsächlich aus um den mark zu stabilisieren what's your take on that melting so i don't know whether i didn't pick up the last of the question but the point is that in the second half of this year you will start to draw from that stock very rapidly indeed if the world economy picks up china and the us and so on go back to work and the demand will go back very very smartly and the supply could end up as being minus the 15 to 20 million barrels a day that the epic plus do especially if the Americans lose 6 million barrels a day so I mean if you were a long term oriented investor and Goldman Sachs had quite an interesting chart because you're seeing a decoupling of equities and the underlying price so a lot of the oil stocks yesterday and today they're weak but they're not falling off the cliff that they did a couple of weeks ago and Goldman Sachs was saying that if history repeats that's quite a usual performance that the oil stocks bottom way before the oil price bottoms also in anderen Worten Goldman Sachs hat festgestellt dass historisch betrachtet der Ölpreis also Ölaktien sich irgendwann vom Ölpreis entkoppeln und sich schneller stabilisieren und wieder anziehen als der Ölpreis wenn man also langfristig denkt ist der Zeitpunkt gekommen sich hier wieder zu positionieren so the question is is this decoupling of equities from the underlying a good signal and if you think that oil is going to be recovering in the second half is the time to invest long term in oil equities is the time about ripe now yeah I mean people have to be reasonably long term players because you have at least one quarter of really tricky times to come but as people start to look further out they will see what we saw in 2014 capex cuts across the industry and we start talking with Exxon 700 billion Chevron 500 billion 5 billion rather Shell 4 to 5 billion you know all this is the capex which is being taken out the industry will work on a three or four year cycle so if you are taking this out now this is all that you won't produce in three or four years time so 2014 the first thing that happened was all these companies did exactly the same and they cut 2 3 4 5 billion of capex with immediate effect so in 14 15 and 16 capex went down sharply and so what happened in 17 18 19 the whole price went up because don't have to be Einstein to work out if you stop investing once you go through the cycle the lost investment whether it's in the Gulf of Mexico or anywhere else in the world you'll suddenly find that you haven't got it anymore because you took the money away from all these projects in 2020 So in other words you need to have a long term perspective and you have to be able to take the pain that the market will still go through in the next couple of weeks and of course you have to look at companies that have super strong balance sheets I would think Yeah exactly right and that's why I said in the blog about four weeks ago that when Shell for example got down to £10 they were yielding 16% now you just mentioned pain but pain can be alleviated quite nicely by a 16% dividend yield and Exxon have a big yield and Chevron have a big yield I think that there are companies out there and there are companies all the actually yield and have a yield that ain't going to be cut in the old days Marcus something that yield more than two or three times the market was deemed to be about to cut it nowadays they ain't going to cut it and as you say they've got very strong balance sheets it's interesting to see that last week Exxon went into the capital markets and they raised something like $9 or $10 that they raised it easily they raised it on better terms than they were thought to and they were well oversubscribed so people are paying good money for the big bonds and therefore cutting the dividend as even the chevron CEO had to announce last week that the dividend is pretty much as sacrosanct as anything else in the business yeah and that you know that was really interesting to watch that many of the large oil companies came out saying that okay so we're going to cut capacity and investment however we will not touch the dividend that was interesting to hear and I can see that the dividend is relatively secure is so I stole enough of your time and I would say thank you very much and sorry you know the audio at times isn't the best but you know we got to improvise and I cannot wait to come to London and have a pint with you no problem at all look forward to seeing you next time oh and do me a favor name your website and the blog that you write because people are interested in following you okay it's called Malky's blog it's on www.malkysblog.com klasse und ich möchte mich jetzt mit dir mal auf die Frage fokussieren wie man denn als Anleger mit Öl umgehen sollte und auf die Gefahren dass das Bild jetzt einfriert möchte ich mal mit einem Thema anfangen das glaube ich ganz interessant ist fangen wir mal damit an nämlich mit dem Sekunde jetzt muss ich nochmal ganz kurz umschalten hier mit dem mit dem United States Oil ETF das angesprochen wurde und bevor ich zu dir rübergebe vielleicht kurz nochmal zur Erklärung dass dieses ETF ist das größte Öl ETF an der Wall Street allein am Freitag sind 550 Millionen Dollar an überwiegend Retail Geldern in dieses ETF geflossen 1,6 Milliarden Dollar in der vergangenen Woche und bei uns sagt man also dass vor allen Dingen die Futures für den Juni und den Juli nicht durch die physische Nachfrage oben gehalten wird sondern vor allen Dingen durch die Privatanleger die in diese ETFs investieren Roman du bist spezialisiert auf Themen Investments auf gemanagte Zertifikate ihr bei von Tobel habt auch schon 2009 einen Index entwickelt der das Thema Contango ausstückt die diese Problematik ausschaltet aber zuerst die Frage mal vorweg was müssen Anleger die in ein solches ETF investieren unbedingt beachten Ja also was man unbedingt beachten muss und das ist auch finde ich extrem gut dass du es ansprichst ist zum einen dass eben extrem viel Geld in diese ETFs fließt extrem viel Geld von Privatanlegern in diese ETFs fließt alle mit dem Hintergrund sie möchten langfristig wieder an einem steigenden Ölpreis partizipieren Jetzt ist es so dass wenn man in den Ölpreis investieren möchte es eben nicht so ist wie wenn man in eine Aktie investiert oder in zum Beispiel Gold was ja Edelmetall auch ein Rohstoff ist wo ich wenn ich ein ETF kann ich kaufen auf Gold da wird das Gold sogar physisch hinterlegt Ja da ist das Gold irgendwo beim Ölpreis das anders dort werden die einzelnen Future Kontrakte also Terminkontrakte gehandelt und dort ist eben so ein ETF also die gängigsten ETFs die wie du schon richtig gesagt hast die investieren eigentlich immer in die beiden kürzestlaufesten Future Kontrakte das heißt jetzt aktuell in Juni und Juli Und wenn diese Future Kontrakte auslaufen Sondern man kauft Öl im Prinzip zum Preis des Juni und des Juli Kontrakts und der Preis ist wesentlich höher oder? Ja der Preis ist wesentlich höher und vor allem kommt die Problematik dann wenn der Juni Kontrakt nehmen wir an der Juni Kontrakt würde jetzt zu diesen 16 US Dollar auslaufen oder sogar noch deutlich darunter Und die Kontrakte die weiter in der Zukunft liegen wie zum Beispiel der August Kontrakt sich relativ stabil hält dann wird dieser Spread immer größer Und der ETF ist ja gezwungen der das Öl nicht physisch hält genau das was wir jetzt auch gestern und die Tage zuvor gesehen haben Diese Bestände aufzulösen beziehungsweise in den nächsten Future zu rollen das heißt er würde jetzt Stand heute den Juni Kontrakt für 16 US Dollar verkaufen Und müsste sich mit August eindecken zu 30 US Dollar und genau das ist das was nach am Ende des Tages man Rollverlust nennt Das sind genau die Verluste die dann in den ETF Preis weitergegeben werden Und wenn jetzt Anleger davon ausgehen okay der Preis steigt weiter in der Zukunft dann nehmen sie bei jedem Rolltermin diese Verluste hin Und da kann der Ölpreis noch so munter weiter irgendwann steigen diese Rollverluste fressen einfach die gesamte Performance auf Und damit hast du finde ich den Nagel absolut auf den Kopf getroffen Viele Privatanleger realisieren nicht dass diese ETFs im Prinzip ein Kontrakt der ausläuft für billiges Geld verkauft Um für wesentlich mehr Geld den nächsten Terminkontrakt einzukaufen Da liegt wirklich das absolut große Risiko drin und das muss man verstehen Man nennt das Contango Kannst du vielleicht ganz kurz nochmal erklären wir befinden uns in Contango Dann haben wir auch noch Backwardation In welchem Umfeld würde ein solches ETF normal funktionieren? Naja also wie du es richtig sagst wir befinden uns aktuell in einer Situation die man Contango nennt Das heißt die Kontrakte in der Zukunft also die länger laufenden Kontrakte sind teurer als die Kontrakte Die kürzer laufenden das heißt zum Beispiel Wie wir das am einfachen Zahlenbeispiel sehen der Dezember Kontrakt notiert bei 30 US-Dollar Und der Juni Kontrakt bei 15 US-Dollar Wenn man das jetzt stufenweise sich anschaut 15, 25, 30 etc. Dann entsteht eine Kurve die diese Kurve nennt man Contango Und aktuell sind wir sogar in einem sogenannten Supercontango Weil die Kurve extrem steil ist Das heißt wir gerade am unteren Ende Also das heißt an den kurzlaufenden Futures sind wir extrem weit auseinander von den langlaufenden In dieser Situation erleiden Anleger eben diese Rollverluste Jetzt gibt es die Gegenteilige Lass uns ganz kurz, ich springe jetzt mal Roman Ich weiß die Frage ist eigentlich nur halb beantwortet Aber ich möchte jetzt trotzdem mal springen Weil die Frage gerade aus dem Publikum kommt Ich weiß nicht ob du was dazu sagen kannst Warum dann nicht einfach CFDs handelt CFDs sind doch super für Öl kurzfristige Trades Na ja wir sehen auch eine enorme Nachfrage nach Hebelprodukten Wenn man kurzfristig am Ölpreis partizipieren möchte Beziehungsweise wenn man kurzfristig den Ölpreis handeln möchte Das sehen wir auch und das ist auch eine gute Form kurzfristig Den Ölpreis also die Nachfrage Heute ist explodiert nach Hebelprodukten Eben gerade auf fallende Kurse auf den Juni Kontrakt Weil jetzt viele davon ausgehen, dass der Juni Kontrakt sich ähnlich verhält Wie der Mai Kontrakt zuvor Das heißt gegen Ende der Laufzeit, wenn er ausläuft Extrem an Wert verliert Das ist auf kurzfristiger Basis sicherlich etwas was man machen kann Auf Hebelprodukte switchen Ich persönlich finde dort einfach das Risiko zu hoch Wenn ich sage ich möchte wirklich langfristig unterwegs sein Und das sehen wir ja Dort fließen auch die großen Gelder rein Deshalb sprechen wir ja auch dieses Thema aktiv heute an Weil extrem viel Geld fließen in diese ETFs Extrem viel Geld fließen in die passiven Anlagen Und dort muss man eben diese Rollverluste hinnehmen Das haben wir 2009 schon gesehen Als wir genau dieselbe Kontangosituation hatten Wie wir sie heute haben Dass Anleger dort extreme Rollverluste erleiden mussten Als der Ölpreis wieder angezogen ist Die Performance aber nicht mitgegangen ist Also fassen wir das in wenigen Worten nochmal zusammen Also Punkt 1 ist CFDs sind für den kurzfristigen Trader Hier durchaus verwendbar Man muss sich natürlich nur über das Risiko bewusst sein Bei Hebelprodukten Der nächste Faktor ist Malzi sagt also Zweites Halbjahr dürften wir eine Stabilisierung Und eine Erholung der Ölpreise sehen Und vor allen Dingen auf Sicht von 3-4 Jahren Weil so viel Ölproduktion letztendlich gesehen offline geht Der dritte Faktor Und das möchte ich jetzt auch ansprechen Wer also jetzt langfristig auf den Bereich setzen will Wie geht man genau vor Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten Man kann auf die Aktien direkt setzen Hier muss man auf die Bilanzen achten Das ist klar Und obgleich das hier jetzt keine Empfehlungen darstellen sollen Weil die dürfen wir hier nämlich nicht geben Muss man sich glaube ich bei den Öl-Service-Dienstleistungen Wirklich aufpassen Weil hier natürlich auch die Anzahl der Produktion Der Bohrinsel schlichtweg deutlich sinken wird Das muss man hier beachten Jetzt habt ihr vor 2009 Als wir den letzten Preisschock hatten Und als wir eine ähnliche Contango-Situation hatten Habt ihr einen Oil-Strategy-Index entwickelt Wie funktioniert der Und wie hebt er sich ab von den ETFs? Naja wir haben uns damals genau dieselbe Frage gestellt Dass wir diese Situation gesehen haben am Future-Markt Dass die Contango-Situation einfach enorme Rollverluste Herbei ruft Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten Wie du vorhin auch schon mit Malcolm richtig besprochen hast Auf der einen Seite kann ich in Ölaktien langfristig investieren Die hoffentlich den Boden etwas schneller finden Und dann auch die Erholung mitmachen Und auf der anderen Seite kann ich eben direkt in den Ölpreis investieren Dort muss ich eben auf die Situation am Terminmarkt In Acht geben Was wir jetzt gemacht haben Wir haben beide Welten miteinander verbunden Das heißt Wenn sich der Ölmarkt So wie wir ihn jetzt haben In einer Contango-Situation befindet Dann investiert der Index In zehn ausgewählte Öl-Aktien Warum macht er das? Weil wir genau diese Situation der Rollverluste vermeiden möchten Das heißt Wir schauen quasi jeden Monat drauf Befindet sich der Ölmarkt in einer Contango- oder in einer Backportation-Situation Befindet er sich in einer Contango-Situation Investieren wir innerhalb des Index in zehn Öl-Aktien Sind wir in einer Backportation-Situation Wo der Anleger sogar Rollgewinne erzielt Dann investieren wir eben in den entsprechenden Öl-Future-Kontrakt Sind diese zehn Aktien, die festgelegt werden, aktiv gemanagt? Also schaut man sich auf die Bilanz an? Oder ist das ein passives Instrument? Also die Auswahl der zehn Aktien erfolgt zweimal im Jahr Einmal Ende Juni, einmal Ende Dezember Dort schaut man sich eben die zehn Top-Aktien nach Marktkapitalisierung an Die müssen ihren Hauptsitz in den USA oder Kanada haben Und müssen eine gewisse Marktkapitalisierung und Handelsvolumen haben Dass sie einfach groß genug sind Und nach diesen Kriterien werden diese zehn Top-Aktien ausgewählt Und in diese Aktien werden dann die nächsten Monate investiert Wenn wir uns in einer Contango-Situation befinden Jetzt haben wir den United States Oil Fund ja schon mehrfach angesprochen Und hier haben wir die Problematik mit dem Futures Hier haben wir die Problematik mit dem Contango Und es kann wie gesagt sein, dass der Ölpreis sich erholt Aber dieses ETF trotzdem an Wert verliert Für mich die spannende Frage im Zusammenhang mit diesem Oil Strategy Index Wie hoch ist denn die Korrelationen zum eigentlichen Underlying Also zum physischen Öl? Ja, die Korrelation ist sehr hoch Auch die Korrelation der Aktien, die jetzt in diesem Index, die zehn Aktien Also aktuell investieren wir ja auch in diese zehn Aktien Also da ist eine Chevron dabei, eine Exxon Mobile, eine Philips 66 Das sind eben zehn Aktien aus den USA, Kanada Dort ist die Korrelation, wenn man die jetzt auf ein Jahr sieht, extrem hoch zum Ölpreis Und entsprechend auch, wenn man sich die, sag ich mal, die historische Performance anschaut Das Öl Strategy Index, den haben wir ja jetzt schon seit 2009 Auch wenn natürlich, sag ich mal, die Wertentwicklung in der Vergangenheit jetzt kein Indikator für die Zukunft ist Aber dort sehen wir eben, dass wir gerade den Ölpreis Sowohl den Ölpreis wie auch die Benchmark eben den entsprechenden ETF klar outperformt haben Jetzt kommt eine Frage hier aus der Community von Tobel Öl Index Wer hält die Dividende in dem Index? Weil die Dividenden ja, wie Malz sich schon angesprochen hat, nicht ganz unwichtig ist bei diesen Werten Also wir haben den Index so aufgesetzt, dass die Dividenden direkt wieder reinvestiert werden Das heißt, die werden an den Anleger weitergegeben Das ist eben auch gerade das Spannende an dem Index Das heißt, die Dividenden, also es ist als Total Return aufgesetzt, der Index Die Dividenden werden entsprechend dann weitergegeben Und dann kommt das auch immer zu einer positiven Anpassung Hier kommt auch gerade noch der Kommentar von Eddie Lee Dass der USO, also der United States Oil Fund in Deutschland nicht gekauft werden kann Nichtsdestotrotz würde ich mal stark vermuten, dass es in Deutschland auch Öl-ETFs gibt So, jetzt haben wir, normalerweise zu handeln, macht für überhaupt keinen Sinn Den Ölpreis als normaler Privatanleger zu handeln Hier der Kommentar von Martin Den Ölpreis als normaler Privatanleger zu handeln, macht für mich überhaupt keinen Sinn Weder kurz noch langfristig Und da hat er wahrscheinlich gar nicht so Unrecht Also gut, den Ölpreis direkt zu handeln durch CFDs Oder eben durch CFDs macht, oder durch Futures, wer sich auskennt Das, glaube ich, macht durchaus Sinn Aber für den normalen Kleinanleger gebe ich dir vollkommen recht, Martin Macht es wenig Sinn Nichtsdestotrotz kann man natürlich auf die Ölaktien in dem Sektor durchaus setzen Wenn man sich die Werte hier anschaut, wenn man die Nerven dazu hat Weil das Umfeld eben aktuell auch nicht besonders gut ist Dann mal ganz kurz nochmal nach ein paar anderen Kommentaren an Naja, ich glaube, was man hier auch einfach sagen muss Es gibt halt auch nicht den Ölpreis Ja, das ist, glaube ich, das Wichtige, was alle auch mitnehmen müssen Er wird nun mal am Terminmarkt gehandelt Und es gibt unterschiedliche Terminkontrakte Und deshalb gibt es, man kann nicht den Ölpreis handeln Sondern es sind unterschiedliche Kontrakte Und das muss man sich immer wieder bewusst sein Ja, deshalb war es heute im Übrigen auch so wahnsinnig interessant, Brand zu sehen Also Brand ist eigentlich für den globalen Ölpreis der fast wichtigere Indikator als WTI Und dass Brand heute so stark unter Druck geraten ist Das ist bei uns natürlich auch dementsprechend mit Aufmerksamkeit aufgenommen worden Wir haben natürlich viele Fragen zu Einzelwerten Wir haben Fragen zu Chevron, zu OMV Aber das Problem ist einfach, dass wir dazu eben keine Empfehlung abgeben können Da würde uns die Compliance auf die Finger hauen Und von daher muss ich hier an der Stelle leider passen Nichtsdestotrotz, Roman, sage ich an der Stelle erstmal vielen Dank Dass du so spontan mit dabei warst bei unserem Stream Und bei dem Publikum muss ich nochmal sorry sagen Wir versuchen ein bisschen zu improvisieren mit den Verbindungen hier Homeoffice ist manchmal nicht so einfach Aber es hat ja dann doch unterm Strich ganz gut geklappt Und an der Stelle bis zum nächsten Mal Viele Grüße in die Schweiz und bis bald, Roman Und bis bald von euch, bis bald, ciao Tschüss